komm was 11 schadenspunkte ja super schon besser ach jetzt auch eingestiegen den kampf schön hh auch nein nicht mehr was weg was fehlt mir da jetzt eine attacke der die tolle neue sache der schild wo jetzt so machen wir uns einer von beiden um so was war mein zweck hat gewesen bei ihm ist gerade sehr schade der hat noch zu viel leben leider aber doch beide gefallen ach sie ist weil du wirst du mich dadurch ja gut gegangen ist super gut dann hat er doch gepasst war ich mir nicht ganz sicher aber offenbar geht es doch so dann dann ist das ja genauso gehen oder ein zug drei umgehauen und welche mal dabei bin nein ich wollte doch den attacke grad machen hier was ist natürlich mehr gewesen es gibt es doch nicht egal winder explosion reicht nicht kann nicht auf die guten freund hier ist klar gott und dann mal diesen so nächster bitte da steht da auf ob es was bringt weiß man nicht der ist weg doch schimpf xp hier freue ich mich ja aber neben der schiffe leben weg die viecher da freue ich mich ja nicht mehr so gehen wir hin zu ihm da oben würde ich sagen oder man geht sogar ein zug wunderbar haben wir den mädchen schärft erst mal sagt ja steh ruhig auf seid ihr gegönnt hier fehlt wieder was der flammangriff ja lieber gerade machen die flammangriff weg welche wir was falsch gemacht hat offensichtlich voll nervig weil ich habe der angreifen wollte einen auch diesen einen angriff aber naja schiff zu machen oder wobei macht schon mehr stand als doch ich mach mal trotzdem 41 ach auch magisch gewesen gerade wie das denn das wäre normal angriff verdammt naja nicht so stimmt kommt fahne bin ja gut zu dir warum ist nichts passiert wurde nicht geheilt das irritiert mich jetzt aber sehr sollte so nicht sein na toll was was das noch was was zu viel neue kämpfe auf einmal dreck und offenbar kann ich nicht mehr regenerieren jetzt mit meinem giftangriff kaum vollpfeffer so knapp haus ist eklig man muss sich also reportieren dann war es ja auch für ein popos hier mit meiner tollen idee den zu entschärfen kommt es jetzt gleich dran jetzt ist aber nicht mehr dran hast du bist schon dran für gewisse art und weise da ist halt aufgestanden der typ da hinten ist ja unglaublich natürlich sind beide aber fetter magischer schaden was zum teufel das war ja ordentlich da habe ich gar nicht mal gerechnet mensch tolle sache zweit weg leider aber was soll es dann erstmal auf den noch mal rüber das wollte ich mich gerade andersrum gut läuft auch wieso ist meine lebendig regeneriert da eben gerade muss ich nicht verstehen oder fast tot hier mal ich müsste ich beitreffen jetzt oder ja wieder getroffen toll das war nicht der plan noch ein versuch doch man war es eben gerade nicht so irritierend egal gehalts geheilt jetzt endlich letztendlich und nein noch mal jetzt fahne wollte echt mal ach jetzt kann ich machen kann meine rüstung oder ich muss echt glaube ich ihn töten sonst wird er wohl noch mehr illusionen erschaffen gleich das tut er nicht in Not ah toll gar nicht mal so dumm von ihm ah hat immer geil dabei es gibt es ja nicht treff ich von hier aus zu weit weg shit ich muss dringend weg der typ muss er einfach dann kommen wir nach hier nein nein stopp 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 zurück einverklickt kacke hier wäre es einer gewesen der ich noch hätte jetzt habe ich ihn nicht mehr Mist verdammter ach toll tarnung muss aber mal sein jetzt hier an der stelle meiner kam es an sich immer noch die vielleicht weil er geht halt nicht so stark ist aber wer es jetzt ewig vermehrt dann wäre das oder würde es auf dauer doch anstrengend auf jeden fall das erreicht wird ich bin ich 13 mit der reichweite aus der kälte magie also auch nicht wirklich was an der kameran an den der nächsten hauen um niederschlag das passt dann auch jeweils kann macht voll viel schaden wer da kommt gelegenheitsangriff ja hahaha und siehst du ich habe ja verstimmung mit ihm habe ja verstimmung mit ihm was total krass ist bringt ja ich muss jetzt bringt meine lösung aufmachen auf ihn auf ihn auf jeden machen könnte irgendwie jedenfalls verstimmung bringt es eigentlich voll gerade bei dem gegner hier wo wir es nicht so richtig angekommen ist ja treffe ich beide nein ob ich jetzt hier ist mal aber es könnte man nicht irgendwie schade bleibt was lieber hier stehen der kommt noch nicht zugelaufen naja das machen können verdammt stimmt ja naja kommt weg mit dir weg aber zumindest schockiert das erstmal auch okay regeneration heilig mich jetzt oder mach ich den typen tot ich mach die tot würde ich sagen lohnt sich mehr ne brauche ich noch jemand eine magische Rüstung oder mach ich nochmal Schaden bei irgendwem der zu viel ah ist auch alles kommt weg mit dem oh alle gestorben hätte ich doch mal lieber als die anderen zuerst gekillt hätte ich noch mehr xp mit hinbekommen oder aber er gibt hier letztendlich was ist jetzt ganz tot oder aber er gibt letztendlich bloß so viel weil die anderen nicht tot gewesen sind kann auch sein auf jeden fall da da in diesem fall im ersten komischerweise nicht wo ich es auch schon dachte hat es ja gereicht den chef zu töten um alle zu töten im ersten gab wie gesagt hat es nicht gereicht irgendwie wow legt verflucht fest das gefällt mir nicht ok ok ist das zoweit stärker ach Mist kurz ein zu verstand und schauen mann an sich ja nicht schlecht ist ein bisschen schwächer happert aber ne 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 tausche ich nicht aus wo hast du mit identifizieren Führung und hier erst mal alles mitnehmen ich ziehe ihn ja nicht auf mach ich aber nicht mach ich aber nicht ich bekomme mich nicht mehr ab ohne weiteres ich kenne auch solche Spiele so Teleportation tja das ist jetzt der Aero Dings den ich eigentlich nicht mehr haben möchte hm hm so wäre geil wenn du was hättest eigentlich wegen der nochmal Führung da hätten wir schon Führung auf 3 bei dir was die Ansicht dann doch wäre ganz nett ist wenn es passiv wo die sind warum ist denn hier er hat schon Führung 3 guck gerne an dann hätte sogar Führung noch einen mehr das ist an sich natürlich echt nicht schlecht weil Resistenzen ausweichen ist alles nicht schlecht und 3 mal mehr vor allem gegen solche Kämpfe eben gerade durchaus lohnenswert aber hm ich lasse erst mal wie es ist guck mal 11 bis 12 plus Luftschaden und schockieren und kritische Trefferwahrscheinlichkeit und es ist auf Stärke und es hat mehr Reichweite meine Ansicht wäre sinnig das gegen das exquisite Schwert auszutauschen weil es mehr Schaden macht dann wiederum natürlich hinterher die mache ich ganz ganz selten weil es mir doch ich weiß nicht hm ach so ist ja ach vergiss es ist ja perfekt das ist das mit hinterher mit Finesse was ich haben wollte noch weil ich wollte sagen ich habe ja beiß mit der Decke drin ist auch doof dann mach ich das so oder was warte kurz Status 38 äh 28 bis 38 zack super gut umtausche sogar noch stärker machen wir es erstmal so top sache dann kann ich ja erstmal weg ich guck nun mal aus Spaß an der Freude wird natürlich weniger ok ist ja auch hier ausgeglichen aber es ist schon Flo-Stand gut fein klasse identifizier doch schon mal bitte er fordert Stärke das ist ein Helm ne? und du hast noch keinen ordentlichen Helm Verstand und Pyrokinete was du eh schon hast einmal oder? klar klar hast du deine Diggins nee gigamant hat er du kannst es nicht tragen oder? wird natürlich jetzt ordentlich physisch dazugeben wo ich ihm gerade etwas genommen habe wäre auch insgesamt besser aber er hat auch noch gar keine ordentliche Mütze also komm das wäre natürlich so rum eigentlich zack plopp sehr schön ach tolle Sache bisschen mehr Rüstung für alle so muss das sein das ist echt ein netter Ersatzschild hier statt dem vielleicht hm der Ring dient sich nicht auf und das hier hat magische Rüstung und 13 Führung komm mal äh 13 Rüstung und eine Führung mach ich so dann ja trotzdem alle jetzt hätte ich noch einmal Führung mehr ne? oder? ach ne haben sie nicht ah sie sowieso nicht aber die vielleicht Moment 29 999 ne stack nicht mit seinem es muss also es wird der höchste Wert berechnet offenbar von den ganzen Leuten was ein bisschen schade ist denn so bringt das bei ihr nicht so viel hm müsste ich eigentlich von ihr wegnehmen und bei ihm rauf machen aber er ist doch ein Glücksbringer aber ist ja die ganze Mitte ja auch logischerweise mehr ich mach es andersrum dann ist der Glücksbringer nicht mehr so wichtig für mich jetzt neuer Ding ist ganz einfach Einmal Führung mehr. Das haben hier alle auch mehr. Und du bekommst das hier. Führ mal Schaden und alles drumherum. Ist jetzt ein bisschen weniger magische Rüstung. Da hat es aber echt genug von mit 90, meine hallo. Aber es hat eben nochmal Intelligenz dazu. Das gibt es hier. 46 bloß? Ist ja gar nicht erhöht dadurch. Das ist ja frech. Stimmt, wird auch kurz das höhere Fall. 2 bis 8. Aber hier ist schon mehr geworden. Der lässt sich beeinflussen gemeinerweise. Na ja, was soll's. So weit, so gut. Top Sache. Hat sich schon irgendwie gelohnt, hier der Kampf. Mich dahin wahrscheinlich, ja. Dann glaube ich kann ich jetzt noch endgültig auf verzichten. Immer mit dem Ex-Mann alles einzusammeln, weil es hat eh komm noch Glücks. Zeug dabei. Äh, nicht darauf. Dann geht über hier lang. So, jetzt müsst ihr hier rüberkommen. Genau. Ich werde mal gucken, wenn ich schon dabei bin. Level abfahren habe ich das. 40.000. Na ja. Aber damit komme ich mit Tieren sprechen. Die Frage ist, ob ich erst den Level steige oder erst mich umskillen kann. Aber es scheint bald eher richtigen Levels zu geben, wo ich da weitermachen kann mit einem anderen. Na ja. Ich speichere mal vielleicht. Das ist ja weiß. Tolle Idee. Dann bam, bam, bam. Gleich bin ich da, wo ich hinwollte. Das ist ja plenty. Oh man. Seelengefäße. Ja, nicht? 109. Weil hier ist eindeutig mehr als 109. Hallo. Geht's noch? So viel mehr Zeug. Oh. Ach, bin ich zu schwer. Ich bin, ich habe zu viel gefressen. Wie liegt das hier? Drei. Ist doch nicht so schlimm. Das ist bestimmt einiges. Na ja, hör mal. 20. Patreoner Frau, weg damit. Man muss ja später wieder reinmachen, weil ich es verkaufe mir natürlich. Ja, bis dahin. Auch weg. Bis dahin so. Vielleicht auch mal den Lucky Find da reinmachen an der Stelle. Whee. Oh, wieder was zum Identifizieren. Ich liebe das hier. Moment. Moment. Da speichere ich euch vorhin nochmal, würde ich sagen. Guck mal. Das gucke ich mir gleich nochmal an.